Digga, oh mein Gott, noch vier Abonnenten, noch drei, oh mein Gott, scheiße, fuck, ich, nein, noch zwei, oh mein Gott, scheiße, alter, oh mein Gott, alter, fuck, oh mein Gott, ich knall das Handy gegen die Wand, Alter, ich knall das Handy gegen die Wand, wenn wir die 2000 haben, nein, Digga, nein, nein, mach das nicht, oh mein Gott, fuck. Nice, fuck, 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 scheiße, alter, was, Digga, alter, es ist gerade vier Minuten her, alter, es ist hier noch Queil an, alter, nice, fuck, du nimmst auf, alter, ich glaub, Ich will euch ficken, Alter, ich will jeden von euch ficken 2000 fucking Abonnenten Ich habe mir jetzt vorgenommen, ab sofort immer nur 3 Minuten Videos zu machen Also viele Leute haben sich wirklich so extrem beschwert, warum ich immer nur so eine Minute bringe Es tut mir auch wirklich leid Nein, 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 nein Fuck Also wie auch immer, jetzt will ich einfach länger aufnehmen für euch ab sofort Also meine Mutter ist gerade so im Nebensimmer Ihr müsst euch das so vorstellen, wie die sich ganz vermutlich fühlt Nein, das hält doch deine Schnauze Nein, nein Nein Ich setz nur Alter, ich sehe es schon jetzt kommen 2000 Abonnenten geknackt, voll viele Hater tun mich jetzt deabonnieren Ist aber so, da kann man wirklich nichts dagegen machen Aber ich habe einen Screenshot gemacht, also von dem her juckt es mich nicht Auf jeden Fall Leute, sucht euch irgendein Special raus, ich versuche es durchzusetzen Hey, dieser Stevie, wieso gar nicht so gut Minecraft spielen Alter Leute, kennt ihr dieses Gefühl, wenn ein 18-Jähriger vor euch steht und ihr gleich auf die Fresse bekommt, so fühle ich mich gerade Nein Da meine Mutter jetzt gesagt hat, ich soll die Fresse halten, werde ich nun mit der Aufnahme aufhören Warte, wir ziehen jetzt diese geile Brille an und tanzen ne Runde Warte, 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 wir spielen noch ne Runde Ich habe jetzt die Gaylord Brille an Ach, das blendet so sehr Ich bin Bruno und ich bin der Kameramann Ich bekomme noch Augenkrebs Scheiße, das tut so weh Einen habe ich vernichtet und die Brille funktioniert wirklich Ah, mir tunst du die Augen mit dieser Judenbrille, alter Marcel, ich sag's dir, alter Das ist so nice Und, warte Drecksbrille, alter Nee Leute, ich bin weiß Piep 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 piep